6 Gründe, warum eine Weiterbildung sich für dich lohnt. Hi, Patrick Krabowski vom Digitalen Weiterbildungsinstitut und in diesem Video geht es genau darum. Ich erkläre dir 6 Gründe, warum sich eine Weiterbildung, vor allem eine IHK-Weiterbildung, für dich langfristig lohnt. Legen wir gleich mal los. Der erste Grund, warum sich eine Weiterbildung für dich lohnt, ist, dass eine Weiterbildung einfach als Türöffner dient. Das heißt, wenn du eine Weiterbildung abgeschlossen hast, kannst du beweisen, dass du praktisch mehr Qualifikation und mehr Kompetenzen hast und dadurch, weil du das praktisch schon durch die Prüfung, durch die abgelegte und bestandene Prüfung bewiesen hast, dient die Weiterbildung halt als Türöffner und du hast die Möglichkeit, später in deinem Job bessere Tätigkeiten oder andere Jobs überhaupt wahrnehmen zu können. Das heißt, es ermöglichen dir einfach Türen für neue Möglichkeiten und deshalb ist diese Weiterbildung halt als Türöffner, weil davor hättest du gar nicht die Möglichkeit, diese Jobs anzutreten. Grund Nummer 2 ist, dass wenn du die Weiterbildung einmal gemacht hast, dass man sie dir nicht mehr nehmen kann. Das bedeutet, eine Weiterbildung ist immer langfristig und was man hat, hat man und das bleibt dann halt auch wirklich für den Rest deines Lebens. Ja, aus dem Grund ist halt auch eine Weiterbildung sinnvoll, weil was man hat, hat man und das kann dir niemand mehr nehmen. Grund Nummer 3 ist der deutsche Qualifikationsrahmen. Den werden wir hier auch mal einblenden als Grafik, weil der deutsche Qualifikationsrahmen, den kannst du dir eigentlich so vorstellen, der ist praktisch so eine kleine Pyramide und der zeigt einfach verschiedene Niveaustufen und wenn du jetzt zum Beispiel eine abgeschlossene Ausbildung hast, dann bist du höchstwahrscheinlich auf der Niveaustufe 4 und wenn du zum Beispiel einen Bachelorstudiengang hast, dann bist du auf der Niveaustufe 6 und mit einer Weiterbildung steigst du halt auf die gleiche Stufe, nämlich auf die Niveaustufe 6, zum Beispiel durch den Fachwirt, durch den Wirtschaftsfachwirt, durch den technischen Fachwirt und durch den technischen Betriebswirt kannst du dann sogar auf die Masterniveaustufe, auch die Stufe 7 aufsteigen. Und aus dem Grund ist halt auch, wenn man das mal weiß, dass es sowas überhaupt gibt, ist es halt auch sinnvoll hier eine Weiterbildung zu machen, weil man dann wirklich gleichgestellt ist mit einem Bachelorstudiengang. Warum ist das so? Ganz einfach, ein Bachelorstudiengang geht halt drei Jahre, das ist ein Studium und du hast praktisch, wenn du eine Weiterbildung gemacht hast, hast du halt schon eine dreijährige oder dreieinhalbjährige Ausbildung, dann hast du ein Jahr Berufserfahrung in der Regel gesammelt und dann machst du halt nochmal eine Weiterbildung, das heißt, diese Weiterbildung geht in der Regel zwei Jahre, das heißt, du hast dreieinhalb Jahre eine Ausbildung, eine Berufserfahrung plus zwei weitere Jahre, das sind dann sechseinhalb Jahre berufsbegleitetes Lernen und das ist dann halt schon vergleichbar mit einem dreijährigen Studiengang. Grund Nummer 4, durch eine abgeschlossene Weiterbildung bist du natürlich viel höher qualifiziert und dadurch kannst du halt auch viel bessere Jobs annehmen und das gleicht dich halt viel besser aus, weil du hast viel mehr Abwechslung in deinem Berufsleben, du wirst praktisch auch viel mehr gefördert, einfach weil du viel mehr Verantwortung übernimmst und das erfüllt dich dann natürlich auch viel mehr, als wenn du praktisch auf einer einfachen Stelle jeden Tag das Gleiche machst, weil dann wird es dir wahrscheinlich mit der Zeit irgendwann langweilig. Dementsprechend durch diese Weiterbildung hast du halt die Anforderungen erfüllt, mehr Verantwortung zu übernehmen und halt auch wirklich beruflich durchzustarten. Und Grund Nummer 5, wenn du halt als Arbeitnehmer beruflich mehr Verantwortung übernimmst, dann sieht es natürlich auch dein Vorgesetzter, dein Arbeitgeber und dann bekommst du auch früher oder später deutlich mehr Gehalt. Einfach weil du wertvollere, werthaltigere Tätigkeiten in dem Unternehmen ausführst, wird dir das dann früher oder später auch vergütet und deshalb kriegst du halt auch dann viel mehr Gehalt. Und das ist ein weiterer Grund, warum sich eine Weiterbildung lohnt. Und der letzte Grund, Grund Nummer 6, ist ganz klar, diese Weiterbildung, die du gemacht hast, ist langfristig. Eine Weiterbildung kann dir nicht mehr genommen werden. Das heißt, du hast halt auch hier viel mehr Sicherheiten, gerade beruflich, wenn du noch sagst, du arbeitest noch 10, 20 oder 30 Jahre. Ja, wenn du natürlich eine Weiterbildung hast, dann bist du auf einem viel höheren Niveau. Dementsprechend hast du auch viel mehr Sicherheit, gerade wenn du mal deinen Job verlieren solltest oder wenn du vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr dich wohlfühlst bei deinem Arbeitgeber, kannst du jederzeit dich viel besser und einfacher bewerben. Einfach weil du in einer ganz anderen Position bist. Und das waren jetzt sechs Gründe, warum sich eine Weiterbildung konkret für dich lohnt. Ja, es gibt noch viele weitere Gründe. Vielleicht fallen dir welche ein. Lass es mich wissen. Schreib es einfach mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was deine persönliche Meinung dazu ist und welche Gründe dir noch einfallen. Vielleicht denkst du schon seit längerem darüber nach, mit einer Weiterbildung zu starten. Dann würde ich dir einfach mal empfehlen, dass du dich in einem Beratungsgespräch mit mir persönlich darüber austauschen und informieren kannst. Und deshalb würde ich dir jetzt einfach mal empfehlen, geh doch einfach mal auf www.patrick-grabowski.de. Ja, den Link findest du auch unter dem Video in der Beschreibung. Und der taucht jetzt auch hier rechts oben nochmal auf. Da kannst du dich nämlich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Und in dem kostenlosen Beratungsgespräch spreche ich dann persönlich mit dir und finde heraus, was deine beruflichen Ziele sind, wie deine aktuelle Situation ist. Und dann finde ich gemeinsam raus oder finden wir gemeinsam raus, ob und die wir dir auch am besten dabei helfen können, deine beruflichen Ziele zu erreichen. Und ich würde mich ganz sehr freuen, wenn wir bald persönlich miteinander sprechen. Deshalb trage dich am besten jetzt ein auf www.patrick-grabowski.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Patrick. Ciao.